Finde ich echt klasse, wie du das hier mit den ernsten Themen ansprichst. Ist ja auch echt wichtig, dass das jemand sagt. Du sprichst mir da auch echt aus der Seele. Ich bin dir sehr dankbar für deine politischen Statements, auch die über die Umwelt. Aber ich meine, mach doch mal wieder was ohne Inhalt. Leute, feiern und so, ne? Also, was geht ab? 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 Bis zum nächsten Mal.